Ja, ihr Lieben, grüßt euch. Trailer der 22.09.2019 beschäftigt sich in erster Linie mit Auszügen wieder aus dem Gegen-Hards-Newsletter. Wer es dann gucken möchte, wie immer, Telegram oder Bitshoot oder VK, die es bei Weight News TV angucken und sich einen entsprechenden Link kopieren und wenn ihr die Browserzeile einfügen, bitte darauf achten, dass der keine Leerstelle enthält, weil sonst funktioniert er eben nicht. Ciao!